Hier präsentiere ich Ihnen den neuen Stiebel Eltron Ersatzteil und Zubehörshop. Wir sind stets bemüht, den Fachhandwerker zu helfen und zu unterstützen in seiner täglichen Arbeit. Und hier hat er die Möglichkeit, sehr schnell das passende Ersatzteil für die Stiebel Eltron Geräte zu wählen und sofort zu bestellen. Ich möchte Ihnen das mal kurz zeigen. Ja, Sie haben die Möglichkeit, sehr einfach das Gerät und das Ersatzteil auszuwählen. Einmal über die Gerätenummer, einmal über den Gerätenamen und über die Schnellbestellung mit Bestellnummer. Ich würde das jetzt mal versuchen über den Gerätenamen, gebe da unser Rennergerät DHE ein, den jeder, so hoffe ich, kennt in der Branche. Und schon finden Sie die Auswahl, welche Produkte heute zur Verfügung stehen. Ich wähle den DHE SL und sofort baut sich hier die Explosionszeichnung auf. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt bei der Auswahl von Ersatzteilen. Weil dort sieht nämlich der Handwerker sofort, welches Ersatzteil er benötigt. Er kann dann dort seinen Ersatzteil auswählen, auf die Nummer klicken und kommt dann sofort zu dem Ersatzteil, was er dann dort auswählen kann und sofort in den Warenkorb legen kann und sofort bestellen kann. Wählt er den Button Stellbestellung und er ist hinterlegt mit seinen Namen, mit seinen Zahlungsbedingungen und seiner Lieferadresse, kann er den Bestellprozess sehr schnell abschließen. Und schon hat er das Ersatzteil morgen zum Verbauen. Also ein idealer Service, was dem Fachhandwerker hilft und in seiner Arbeit erleichtert.